Servus zusammen und recht herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Deichhof im LS22, solange es ihn noch gibt. Und wir zocken wieder hier wunderschön auf den Feldern, denn es wird wieder Zeit für Feldarbeit, deswegen sitze ich hier in meinem Lintrack und bin, Grüße gehen an den Tim raus, am Kalken. Jo, natürlich, wir haben vergessen, oder was heißt vergessen, das Feld hier, das haben wir uns im letzten Jahr geschenkt und wir sind ja jetzt im März angelangt und wir müssen jetzt langsam wieder an die Aussaat und ans Drillen denken und mein Plan war ja hier auf diesem Feld schon mal alles vorzubereiten für die Schweine, falls wir tatsächlich mal irgendwann den wunderschönen Schweinestall, der sich da unten befindet, mal kaufen werden. Aber das ist so ein bisschen der Plan, das Ziel für Ende des Jahres und das heißt, wir müssen uns darauf vorbereiten und deswegen wird jetzt das Feld hier gekalkt, damit wir anschließend mit der Drille rausgehen, denn wir werden jetzt ausbringen, ganz kurz in den Kalender geschaut, hier sind wir richtig, Hafer, Hafer und im nächsten Monat, Soja, werden wir das Feld aufteilen und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich habe so ein kleines bisschen die Hoffnung, dass vielleicht irgendeiner, man sieht ja, es ist noch nichts hier groß ausgebracht, aber ich habe die Hoffnung, dass vielleicht irgendeiner von den Kollegen hier noch Mais ansät und dann wir uns dieses Feld eventuell, wenn es erntereif ist, dann übernehmen. Ansonsten werden wir das so handeln, dass ich hier den oberen Teil jetzt Hafer ansehe, dann werden wir hier den unteren Teil, denke ich, Soja machen und im Zweifel, je nachdem, machen wir hier den dritten Teil noch ein bisschen was anderes. Schauen wir mal, eventuell eben dann den Mais und dann haben wir hier immer noch so ein kleines Eck, wo wir Gras machen können. So jedenfalls die Idee. So, jetzt schauen wir mal. Ja, der Arion, der müsste doch stark genug sein, auf jeden Fall für unsere Drille, oder? Ja, im Gebrauchtmarkt gibt es nichts, beziehungsweise da habe ich schon was gekauft, das zeige ich euch aber später. Wir schauen nach der Drille, die Seetechnik, Drille, 160. Na, wir nehmen doch den Fendt, Motor aus. Wir nehmen doch den Fendt, der sich da hinten befindet und da rennen schon wieder die Hühner durch die Gegend und wir sehen, ja, die glitschen leider hier durch, die finden sich auch manchmal hier vorne, aber okay, sei es drum. So, wo ist er denn hier? Iso, der Fendt. Jo, dann werden wir einmal hier ums Karree fahren, die gute Köckerling anhängen und dann geht's los, dann werden wir Hafer ansehen, natürlich auch, um Stroh zu bekommen für unsere Kühe und das Wort Stroh oder das Stichwort Stroh, ich habe mir gekauft, gebraucht, Händler, ja, wie heißt denn sowas, mit dem man die Strohballen auflöst, mit dem man die Strohballen auflöst, warte, 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 wir schauen mal hier rein, bei Gebraucht, das müsste doch bei Tier, oder? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Tierhaltung, hier, den habe ich mir geholt. Zum Einstreuen von Stroh habe ich mir gedacht, machen wir es doch mal ein bisschen richtig, denn wir haben ja Strohballen und mit dem Teil können wir dann die Strohballen auflösen und dann bei den Kühen in den Stall verteilen. Machen wir es mal richtig klassisch, habe ich mir gedacht, da machen wir uns ein bisschen Mehrarbeit, warum sage ich das jetzt wieder so ein bisschen verschmitzt, denn ich zeige euch das Nächste, was ich hier mir angeschafft habe, um mir auf der anderen Seite jetzt auch wieder ein klein bisschen Arbeit zu erleichtern, aber ich sage nur ein klein bisschen, wir werden das ganz vorsichtig und dezent einsetzen und zwar hier natürlich diese Einkaufsstation. Ich möchte nicht wegen jedem Kleinigkeit jetzt immer zum Händler fahren, deswegen habe ich hier diese Einkaufsstation, mit der wir auf jeden Fall Saatgut, vor allen Dingen auch Kalk und Dünger und ähnliches dann hier einkaufen und sollte man wirklich Not am Mann sein, dann werden wir mit Sicherheit vielleicht auch mal das ein oder andere bisschen Futter einkaufen, aber nur wenn wirklich absolut Not am Mann ist, was wir auf keinen Fall machen. Solche Leute oder beziehungsweise die Ideen gibt es ja auch, dass wir an dieser Einkaufsstation Silage kaufen und dann einfach direkt in die BGA, aber das wäre glaube ich gar keine so clevere Idee, denn wir wissen die BGA hier ist nicht die schnellste. Also die arbeitet langsam kontinuierlich vor sich hin, bringt uns dann immer so um die 10.000, 12.000 je nach Jahreszeit oder nach Verkaufspreis, denn der variiert ja auch und da schauen wir mal kurz rein, wie es im Moment denn bei den Preisen beziehungsweise beim Geld aussieht. So und ihr seht, ich habe ein kleines bisschen von unseren Schulden abgearbeitet, musste aber wieder ein bisschen auch aufnehmen, um hier das Silo noch zu kaufen und wenn wir jetzt mal hier reinschauen beim Verkaufspreis oder Einnahmen BGA, dann haben wir doch tatsächlich im Februar 21.000 gemacht. Also es kommt so kontinuierlich Geld rein, um die 15.000 bis 18.000 denke ich im Schnitt, damit können wir arbeiten, aber richtig reich werden wir natürlich nicht. Das deckt halt so ein bisschen, ich sage mal, die laufenden Kosten, aber bringt uns auf jeden Fall zum Düngen, da müssen wir runter, zu den Produktionen, auf jeden Fall Gehreste und mittlerweile werfe ich auch Mist rein und das wird dann auch entsprechend dann verkauft und verarbeitet, deswegen eben in diesem Monat auch ein kleines bisschen mehr. Ansonsten sind alle Silageballen weg und ich kippe bereits die Silage aus dem Fermentersilo rein und Fermentersilo, auch hier wieder das Stichwort, wir werden hier jetzt jede Menge Stroh machen und sollte eben, ich sage mal, wir zu viel Stroh haben, dann können wir natürlich auch das fermentieren. So, jetzt müssen wir mal schauen, Gerste, Hafer wollte ich ansehen, ne, Hafer, stopp, hier, genau, Hafer bringt uns auf jeden Fall Material und, so, und Stroh, so, denn Hafer brauchen wir auf jeden Fall für unsere Mühle, denn Mehl ist schon ordentlich rausgegangen und Sandwiches bringt schon gut Geld. Also, da müssen wir dranbleiben, da müssen wir dran arbeiten, aber auch das eine Produktion, die so schön richtig langsam gemütlich vor sich hin arbeitet. So, jetzt schauen wir mal, dass wir so, ja, ich sage mal, acht bis zehn Bahnen machen, das wäre dann, glaube ich, okay. So, dann hier einmal in die Kurve. Sehr schön. So, mal ganz kurz anheben und dann schauen wir uns das mal auf der Karte an, ob das so ungefähr, ja, ich glaube, da könnte man noch ein kleines bisschen mehr machen, aber ich glaube, Hafer, wir haben ja hier zweimal Gerste, wenn ich richtig weiß, genau da und da, also Hafer, um es dann an die Hühner zu verfüttern und fürs Mehl, ich denke, das kommt so einigermaßen hin. Naja, ja, das müsste so ungefähr hinkommen. Dann lassen wir hier den Helfer gleich marschieren, machen dann mit Kalk weiter. So, dann fahren wir hier mal rückwärts ran. Sehr schön. Ja, und so teilen wir dann das Feld ein bisschen auf. So, ich glaube, so müsste das passen, oder? Hervorragend. Dann fährt er schön geradeaus, auch ohne GPS. Und oben müssen wir darauf achten, dass er natürlich wieder die richtige Richtung oder auf die richtige Bahn wechselt. Und die Kökerlinge, wie gesagt, ist eine Direktsaatmaschine, die aber leider nicht düngt, aber ist okay. Das können wir dann auf jeden Fall noch machen. Und Dünger ist ja jetzt kein Problem mehr, da wir ja hier direkt am Hof hier einkaufen können. So. Ja, dann werden wir uns auch anschließen, nochmal um unsere Tierchen kümmern, nochmal nach den Schafen und so weiter. Aber da machen wir uns keine Sorgen, denn das Gleiche gilt ja auch wie für die Produktionen für unsere Tiere. Sie sind langsam am Futtern und ganz im Gegensatz zu Oberschwaben. So, jetzt machen wir hier noch ein kleines Vorgewende, ich denke. Denn allein schon wegen dem, äh, wegen den Bäumchen hier. Okay. Machen wir zwei Vorgewende, dann dürfte das Ganze passen. So, servus, servus. Einmal hier am Deich spazieren gehen. Sehr schön. Ist ja auch tolles, tolles Wetter. Die Sonne scheint im März. Und wir haben hier schön zu arbeiten. Raus aufs Feld, Freunde. So. Und so versuchen wir das Futter für unsere Schweinchen anzusammeln, die wir perspektivisch dann erwerben wollen. Natürlich erstmal mit dem Hof. Und dann schauen wir mal, wie viel Tierchen. Aber das werden wir auch ganz, ganz langsam angehen. So, das müsste doch jetzt so passen, oder? Ab die Post. Hervorragend. So, die Läder. Dann springen wir mal hier raus. Gucken uns das Ganze an. Ja, Stickstoff. Da können wir dann natürlich dann gleich mal mit der Gülle drüber fahren. Ah, Hafer scheint nicht ganz so viel Stickstoff zu brauchen. 80 Kilo. Okay, das passt soweit. Sehr schön. Ja, wie gesagt, Gärreste. Und auf jeden Fall arbeitet die BGA. Sehr schön. Ja, ich habe so den Eindruck, dass es hier die Deichhof ist so wirklich die Entschleunigungskarte. Hier geht alles ein kleines bisschen langsamer. Also hier muss man sich keine Sorgen machen, sowohl was die Tiere, das Futter angeht. Muss man hier nicht alle fünf Minuten nachkippen. Aber apropos nachkippen, hier müssen wir auf jeden Fall ein bisschen Platz schaffen für unsere Wolle. Und da haben wir den besten Monat. April, im Mai, denke ich, kriegen wir da die besten Preise. Also haben wir da noch auf jeden Fall ein bisschen Zeit. So, und da müssen wir uns dann auch mal Gedanken machen, ob wir dann gleich in die Vollen gehen und eventuell die Produktion kaufen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir müssen auch ein kleines bisschen mal haushalten mit dem Geld. Aber ich will hier auch schnellstens vorwärts kommen und in die Gewinnzone. So will ich es mal formulieren. So, dann machen wir hier nochmal Kalk rein. Das kostet uns 708 Euro und wir sparen uns natürlich gute Weg. Ah, war nicht auch hier noch Kalk drin? Ich muss mal schauen. Im Multifruchtsilo hatten doch, glaube ich, die Kalk-Big Bags oder irgend sowas. Müssen wir nochmal schauen. Die andere Wiese müssen wir ja auch noch kalken, fällt mir ein. Wir haben ja nur die Felder, auf denen wir dann gedrillt haben, gekalkt. Das andere haben wir uns ja alles am Anfang ein bisschen gespart. So, den Schäflein geht es gut. Die haben ja auch Nachwuchs bekommen. Das heißt, hier steigt die Produktion an Wolle. Gilt übrigens auch für die Schafe, die sich im Schafstall befinden. So, ja, der Fan macht das alles sehr gut, sehr gut. Und dann müssen wir uns ja noch überlegen, kaufen wir uns noch einen Drescher? Mieten wir uns weiterhin einen Drescher? Also da müssen wir ja auch gucken. Und wir warten mal den nächsten Monat ab, bevor wir dann wirklich hier mit Mais arbeiten. Vielleicht haben wir ja Glück, vielleicht haben wir ja Glück und einer unserer Nachbarn ist so großzügig und bringt Mais aus. Und dann können wir ihm vielleicht das Feld kurz vor der Ernte abkaufen. Da müssen wir dann mal schauen, was wir da investieren müssen. Bin ich auf jeden Fall gespannt. So, die zwei dürften jetzt eigentlich ganz gut zurechtkommen. Und hier sieht man es mal wieder. Dadurch, dass wir gekalkt haben, die Köckerling hat immer irgendwie ein Problem. Lässt immer in Buschen was stehen. So, was hast denn du vor? Wo willst denn jetzt du hin? Ja, die lässt immer ein bisschen was stehen, merkwürdigerweise. Aber okay, das können wir verkraften. So, ja, hier geht ordentlich Material raus, ne? Also hier müssen wir richtig kräftig kalken, merke ich schon. So, dele. Jetzt, dele. Und ab die Post, mein Freund. Ja, man sieht es wieder, der Streifen, ne? So, wir springen mal kurz, weil die zwei werden jetzt hier, denke ich, so weit zurechtkommen. Äh, hier. Da wollte ich hin. Jetzt werden wir hier ein kleines bisschen die Wolle umräumen, beziehungsweise umstapeln. Einfach aus dem Grund, nicht, dass der dann mit die Wolleproduktion einbricht, weil kein Platz mehr ist für die Wollpaletten. Deswegen bringen wir die mal ein bisschen. Oh, 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 oh. Habe ich tatsächlich vergessen, hier das Gatter zuzumachen? Ei, 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 ei. So, weiter geht's. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Witzig. Ah, ich glaube, ich habe letztens ja genau die zwei Paletten, deswegen ist jetzt in der Mitte halb, okay. So. Zack, zack. Ja, prinzipiell geht hier was, ne? Also man merkt schon, hier geht was. Also die Sache kommt hier langsam zum Laufen und da bin ich mir auch sicher, dass wir hier ordentlich dann Kohle machen. Also Wolle ist schon nicht verkehrt. Wenn wir natürlich dann noch in die Textilproduktion gehen oder in die Textilbranche einsteigen, dann wird das Ganze sich natürlich noch ein bisschen multiplizieren. So, aber auch da müssen wir erst mal investieren. So, Dele. Ja, passt. Ups, da wäre uns doch beinahe die Palette runtergezogen worden. Wie sieht's bei den schwarzen Schafen aus? Das passt soweit, hervorragend. Ja, so ein Stablammhof, das erleichtert ungemein die Arbeit. So, Mehl haben wir nicht mehr. Aber wir haben noch eine Palette mit Sandwiches und wir können auch mal gucken, ob eventuell schon wieder Salat und Tomaten, ja, da fehlt's auch ein bisschen. Eigentlich müssten wir da noch ein Gewächshaus hinstellen. So. Da habe ich auch soweit alles verkauft. Meist bietend natürlich ans Kiosk am Strand. Ach du Schande, da ist ja noch eine Kalkpalette. Die haben wir vergessen. Oder wie, oder wer, oder was? So, das wird eingelagert. Und hört ihr das? Also ich weiß nicht, ob das hier an dem Siliermittel liegt. Aber seit ich das hier reingebracht habe, hört man die ganze Zeit Wasser. Hört ihr? Oh. So. Haben wir sonst noch was an Paletten? Ich glaube nicht, Tim. Dann lassen wir den mal hier stehen. So. Denn wie ich sehe, leider kein Salat und auch keine Tomaten hier. Okay. So, wie sieht's denn hier aus? Brot, Milch, 4690. Okay. Aber das ist nicht der Kuhstall gewesen. So, hier ist der Kuhstall. Milch, 2250. Stroh, Gülle und Nahrung. Also Gärreste, Gülle haben wir genügend. Wobei Gülle und Mist. Lasst mich mal hier durchlaufen. Gülle und Mist können wir ja beides auch in die BGA werfen. Bringt zusätzlich Geld. Und Gärreste. Oh, da ist leer. Okay. So, was machen die anderen zwei Kollegen? Er ist fast fertig. Okay. Okay, letzte Bahn. Ja, da unterstützen wir mal schnell. Ablassen. Hervorragend. Und dann machen wir hier mal diesen kleinen, kleinen Fauxpas. Beseitigen wir. So. Ich glaube, Wiese hatten wir genug. Und wir werden natürlich dann noch vielleicht irgendwo eine Wiese kaufen. Aber jetzt schauen wir erst mal. Denn je nachdem, bleibt da auch ein bisschen mehr Wiese übrig. Wenn wir eben kein Mais ansehen müssen. Das wären wir nämlich ganz recht. Dann brauchen wir nämlich auch keine Saatmaschine. Denn für Mais und Sonnenblumen brauchen wir ja eine Einzelkorn. Und die haben wir hier nicht. Und vor allen Dingen müssten wir dann auch noch vorher grubbern. Das heißt, das heißt, das bräuchten wir dann auch noch, das Gerät. Auch das haben wir im Moment nicht in unserem Portfolio. Und das würde ich mir gerne schenken. Na ja, also schenken nicht in dem Sinne, dass ich es mir kaufe und dann mir... Na ja, wisst schon. So, jetzt schauen wir mal. Ja, das war klar. Das war klar. Wie kommt denn sowas zustande wieder? So, was haben wir denn noch drin? Drei Prozent? Sowieso nicht viel. Dann könnten wir den jetzt eigentlich in die Richtung schicken. Genau. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal von oben an. Wie viel Feld wir jetzt hier haben mit Hafer? Hm. Ich meine, auf der anderen Seite bräuchten wir mit Sicherheit ein bisschen mehr Soja, ne? So, jetzt ist der leer. Und jetzt ist dann die Frage, werden wir dann das Sojafeld hier so hochziehen? Ne, dann hätten wir das hier alles noch im Zweifel als Grasfeld. Oder ziehen wir das Sojafeld hier lang? Dann haben wir das hier als Grasfeld. Oder könnten im Zweifel das dann eben mit Mais. Aber eigentlich brauchen wir ja mehr Mais als Soja. Mit Sicherheit. Ja, ich denke, wir können noch eins, zwei Bahnen Hafer oder nicht? Oder wie oder was? Ah, schwierig, schwierig. Wie viel wird da rauskommen? Auf der anderen Seite haben wir es ja jetzt gut bearbeitet. Das sollte heißen, wir kriegen eigentlich einen guten, guten Ertrag. Wie sieht es eigentlich mit Precision aus? Wie sieht es mit unserer Umweltbewertung aus? Sieben Prozent auch nicht verkehrt. Okay. Ja, Freunde, ich werde mir da noch ein bisschen Gedanken machen. Und die Kollegen hier natürlich, die müssen erst mal wieder aufgefüllt werden. Aber das, wie es da weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Das soll es für diese gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und das war wieder mal Landwirtschaftssimulator 22 von der Deichhof Abendfreden. Die Map vom Kalle. Und ich sage mal hier mit rundum sorglos alles dabei. Hier am wunderschönen Hof, was man so braucht. An Produktionen, an Tieren und natürlich an Feldwirtschaft. Wunderschön. Ich bedanke mich und sage Tschüss, Tschau, 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 bis zum nächsten Mal. Euer Baden Farmer.